Ramon Rosselli, geboren am 7. Dezember 1993 in Merseburg mit bürgerlichem Namen Ramon Kaselowski, ist ein deutscher Popsänger, der für seine starke Stimme und einzigartige musikalische Persönlichkeit bekannt ist. Öffentliche Aufmerksamkeit erregte er, als er 2020 den Musikwettbewerb, Deutschland sucht den Superstar, DSDS, gewann und damit ein vielversprechendes neues Kapitel seiner Karriere aufschlug. Neben seiner erfolgreichen Karrieremangel des Ramons leben jedoch auch nicht an harten Herausforderungen, darunter der Verkehrsunfall, der ein tiefes Trauma hinterließ und sein Leben stark beeinträchtigte. Der Unfall ereignete sich an einem dunklen Abend auf einer verlassenen Straße, wo Ramon von einer Show zurückkam. Ein Lastwagen verlor plötzlich die Kontrolle und prallte direkt gegen sein Auto, was zu einem heftigen Zusammenstoß führte. Durch den Unfall erlitt Ramon schwere Beckenschäden, die nicht nur seine Beweglichkeit beeinträchtigten, sondern auch anhaltende Schmerzen verursachten. Das Becken, ein grundlegender Teil des Körpers, der Bewegung und Gleichgewicht unterstützt, ist mittlerweile zur Ursache vieler Gesundheitsprobleme von Ramon geworden. Ärzte mussten viele komplexe Operationen durchführen, um die Funktion des beschädigten Knochenbereichs wiederherzustellen. Obwohl er mehrere Behandlungs- und Rehabilitationsrunden durchlaufen hat, spürt Ramon immer noch deutliche Einschränkungen in seinen Bewegungen. Die anhaltenden Schmerzen und Bewegungsschwierigkeiten haben sein tägliches Leben und seine Arbeit stark beeinträchtigt. Als vielversprechender junger Künstler sieht sich Ramon nun einer völlig anderen Realität gegenüber. Seine Musikkarriere wurde durch gesundheitliche Probleme unterbrochen. Das Üben und Aufführen, Tätigkeiten, die seine Leidenschaft und sein Lebensinhalt sind, sind heute schwieriger denn je. Er musste seine Auftrittspläne anpassen und sogar einige Shows verschieben oder absagen, um sich auf den Genesungsprozess zu konzentrieren. Das löst bei ihm nicht nur Reue aus, sondern mindert auch die Freude, die Musik ihm und seinen Fans bereitet. Doch trotz vieler Herausforderungen zeigte Ramon Roselli immer noch bemerkenswerte mentale Stärke und Belastbarkeit. Er ließ sich von diesen Schwierigkeiten nicht besiegen, sondern kämpfte weiter für die Wiedererlangung seiner Gesundheit und Leidenschaft. Er teilte mit, dass Musik ein wichtiger Teil seines Lebens sei, und obwohl er mit großen Hindernissen konfrontiert war, gab er seinen Traum immer noch nicht auf. Ramon erhielt starke Unterstützung von Familie, Freunden und Fans. Sie sind eine großartige Quelle der Ermutigung, die ihm hilft, diese schwierige Zeit zu überstehen. Die Liebe und Fürsorge seiner Mitmenschen gaben Ramon das Gefühl, dass er in diesem Kampf nicht allein war. Darüber hinaus nimmt er auch an Wohltätigkeitsaktivitäten teil, was ihm nicht nur hilft, einen Sinn im Leben zu finden, sondern ihm auch hilft, sich mit der Gemeinschaft verbunden zu fühlen. Während er sich noch erholt, hat Ramon Roselli bewiesen, dass Stärke und Ausdauer dabei helfen können, die größten Herausforderungen des Lebens zu meistern. Er inspiriert weiterhin die Menschen um ihn herum, indem er ständig kämpft und seine Träume nicht aufgibt, selbst wenn er mit unvorstellbaren Nöten konfrontiert wird. Durch seine Geschichte zeigte Ramon, dass wir, egal wie schwierig die Herausforderungen des Lebens sind, immer noch Licht am Ende des Tunnels finden können, wenn wir es weiter versuchen und an uns selbst glauben. Ramon Roselli, der berühmte deutsche Schlagersänger, hat in seinem Privat- und Berufsleben eine schwierige und schmerzhafte Zeit durchgemacht. Durch die harte Behandlung und die bittere Verbannung wurde sein Leben durch unerwünschte Ereignisse völlig auf den Kopf gestellt. Dank seines Talents und seines unermüdlichen Einsatzes hat sich Ramon Roselli in der Musikwelt einen Namen gemacht. Er ist einer der hellsten Stars der deutschen Popmusikindustrie und zeichnet sich durch seinen emotionalen und lebendigen Musikstil aus. Hinter dem Ruhm seiner Karriere stand Ramon jedoch vor einigen ernsthaften persönlichen Herausforderungen, insbesondere in seinen Liebesbeziehungen. Kürzlich erlebte Ramon einen bitteren Ausschluss aus einer wichtigen Liebesbeziehung. Seine Freundin gab ihre Trennung bekannt, was für ihn und seine Fangemeinde einen großen Schock auslöste. Diese Beziehung war nicht nur ein wichtiger Teil von Ramons Privatleben, sondern hatte auch tiefgreifende Auswirkungen auf sein geistiges und emotionales Wohlbefinden. Die Entscheidung, sich zu trennen, war nicht nur das Ende der Liebe, sondern auch ein großer psychologischer Schock, der Ramon das Gefühl gab, hart und ungerecht behandelt zu werden. Diese bittere Verbannung führte zu einer herausfordernden Zeit in Ramon Roselis Leben. Er ist mit tiefen Gefühlen der Enttäuschung, des Schmerzes und des Verlustes konfrontiert. Seine Lieder, die bereits von aufrichtigen und tiefen Emotionen erfüllt sind, wirken jetzt realer als je zuvor, während er mit persönlichem Schmerz zu kämpfen hat. Allerdings ist Ramon Roseli niemand, der sich leicht unterkriegen lässt. Bittere Verbannung und persönliche Schwierigkeiten konnten ihn nicht brechen. Er hat bewiesen, dass er trotz großer Herausforderungen bestehen und weiterhin einen Beitrag zur Musik leisten kann. Ramons Widerstandskraft und sein starker Geist inspirieren viele Fans und er hat es geschafft, diese schwierigen Zeiten mit Entschlossenheit und Selbstvertrauen zu meistern. Kurz gesagt, trotz der harten Behandlung und der bitteren Verbannung bewies Ramon Roseli unerschütterliche Stärke und Widerstandskraft. Sein Leben mit all seinen Prüfungen und Wirrungen ist zu einer inspirierenden Geschichte und einem Beweis für die Stärke des menschlichen Geistes angesichts unvorhergesehener Schwierigkeiten geworden. Ramon Roseli hat mit seiner beeindruckenden musikalischen Karriere seine Erfahrung in der Unterhaltungsbranche kontinuierlich erweitert und bereichert. Einer der wichtigen Meilensteine seiner Karriere war seine Teilnahme an der Moderation der Show, Earworm Spectacle, mit Steffi Bruns im Jahr 2022 auf dem Sender RTL UP. Diese Veranstaltung war nicht nur ein Höhepunkt in Ramons Karriere, sondern markierte auch einen großen Schritt vorwärts bei der Durchsetzung seiner Rolle nicht nur als Sänger, sondern auch als einflussreicher Showorganisator. Earworm Spectacle ist ein besonderes Musikprogramm, das dem Publikum mit einer Kombination aus vielen verschiedenen Musikgenres neue und spannende Erlebnisse beschert. Das Programm zeigte nicht nur Ramon Roselis musikalisches Talent, sondern demonstrierte auch seine Organisations- und Managementfähigkeiten. Mit der Begleitung von Steffi Bruns wurde die Show professionell und kreativ aufgeführt und bescherte den Zuschauern beeindruckende und interessante Darbietungen. Die durch die Moderation von Earworm Spectacle gesammelten Erfahrungen haben Ramon Roseli dabei geholfen, viele wichtige Fähigkeiten in der Unterhaltungsbranche zu entwickeln. Er lernte nicht nur, wie man ein großes Programm mit vielen verschiedenen Elementen verwaltet, sondern übte auch effektive Kommunikations- und Teamfähigkeiten aus. Diese Veranstaltung verschaffte ihm einen Einblick in die Organisation und Durchführung von Großveranstaltungen und erweiterte seine Beziehungen zu Künstlern und Branchenexperten. Neben der Verbesserung der organisatorischen Fähigkeiten ist Earworm Spectacle für Ramon Roseli auch eine Gelegenheit, seiner Kreativität bei der Erstellung von Programminhalten Ausdruck zu verleihen. Er hat dazu beigetragen, einen farbenfrohen und kreativen Musikraum zu schaffen, in dem Künstler ihre Talente frei zum Ausdruck bringen und das Publikum einzigartige Darbietungen genießen kann. Der Erfolg der Show bewies, dass Ramon nicht nur ein talentierter Sänger, sondern auch ein hervorragender Showorganisator ist. Bei dieser Veranstaltung lernte Ramon Roseli viele wertvolle Lektionen darüber, wie man Großveranstaltungen organisiert und verwaltet. Er lernte, unter Druck zu arbeiten, auftretende Probleme schnell und effektiv zu lösen und sich mit Teammitgliedern abzustimmen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Diese Erfahrungen helfen ihm nicht nur in seiner Karriere als Programmorganisator, sondern unterstützen ihn auch bei seinen zukünftigen Musikprojekten. Earworm Spectacle ist nicht nur eine erfolgreiche Show, sondern auch ein Beweis für Ramon Roselis Wachstum und Entwicklung in der Unterhaltungsbranche. Diese Veranstaltung eröffnete ihm viele neue Möglichkeiten und half ihm, seine Position nicht nur als Künstler, sondern auch als einflussreicher Showveranstalter zu festigen. Mit den im Rahmen des Programms gesammelten Erfahrungen und Fähigkeiten wird Ramon in Zukunft sicherlich noch mehr Erfolg haben. Ramon Roseli, ein berühmter deutscher Musikstar, tritt nun in die Fußstapfen von Beatrice Egli, einer prominenten Kollegin der Musikbranche. Ramon Roseli ist für seinen fesselnden Musikstil und sein beeindruckendes Leistungsvermögen bekannt und behauptet sich ständig in der Unterhaltungsbranche. Kürzlich moderierte er eine beliebte Show, die die Aufmerksamkeit vieler Fans und Medien auf sich zog. Seit seinem Einstieg in die Unterhaltungsbranche hat sich Ramon Roseli mit herausragenden Hits und einem dynamischen Auftrittsstil schnell einen Namen gemacht. Seinen Erfolg verdankt er nicht nur seinem musikalischen Talent, sondern auch seinem unermüdlichen Einsatz und seiner Investition in seine Auftrittstätigkeit. Er hat bewiesen, dass er nicht nur singen kann, sondern auch große Musikshows organisieren kann, die tausende von Zuschauern anlocken. Ramon Roselis jüngste Show ist nicht nur ein einfaches Musikereignis, sondern auch Teil seiner Karriereentwicklungsstrategie. Das mit sorgfältiger Vorbereitung und großen Investitionen organisierte Programm erhielt positive Rückmeldungen von Publikum und Kritikern. Dies war ein wichtiger Schritt, um seine Position in der Musikindustrie zu festigen und die Ähnlichkeit im beruflichen Ansatz zwischen ihm und Beatrice Egli zu bekräftigen. Beatrice Egli ebnete mit ihrer erfolgreichen Musikkarriere und ihrem herausragenden Programm den Weg für Künstler wie Ramon Roseli. Beide Künstler teilen eine starke Leidenschaft für Musik und Hingabe an ihre Arbeit. Dank des Lernens von Senioren und Kollegen wie Beatrice Egli weiß Ramon Roseli, wie er Chancen nutzen kann, um seine Karriere weiterzuentwickeln und unvergessliche Musikprogramme zu erstellen. Ramon Roselis Erfolg bei der Organisation des Programms ist nicht nur das Ergebnis persönlicher Bemühungen, sondern auch ein Beweis dafür, dass er die Erfolgsgeheimnisse seiner Vorgänger gelernt und angewendet hat. Er hat bewiesen, dass er in der Lage ist, Großveranstaltungen zu organisieren, damit verbundene Aktivitäten zu leiten und großartige Musikerlebnisse für das Publikum zu schaffen. Neben der Organisation von Musikshows bewies Ramon Roseli auch Kreativität und Teamwork bei der Planung und Umsetzung von Werbeaktivitäten. Die Kombination aus musikalischem Talent und Programmi-Erkenntnissen half ihm, sich in der Unterhaltungsbranche hervorzuheben und unvergessliche Spuren zu hinterlassen. Ramon Roselis Show ist ein Beweis für sein kontinuierliches Wachstum in der Musikindustrie. Mit der Unterstützung von Kollegen und dem Lernen von Vorgängern wie Beatrice Egli baut er weiterhin eine solide und vielversprechende Karriere auf. Dieser Erfolg ist nicht nur ein persönlicher Stolz, sondern auch ein positives Zeichen für seine Zukunft in der Unterhaltungsbranche. Ramon Roseli, ein junger Musikstar, der für seine emotionale Stimme und sein herausragendes Talent bekannt ist, zeigt seinen Eltern stets tiefe Dankbarkeit. In einem kürzlichen Interview teilte er mit, dass er seinen Eltern für die Art und Weise, wie sie ihn und seine Geschwister großgezogen haben, besonders dankbar sei. Laut Ramon versorgten seine Eltern sie nicht nur mit den notwendigen materiellen Bedürfnissen, sondern nahmen auch ihre Ausbildung und Charakterbildung ernst. Er betonte, dass es vielen jungen Menschen heutzutage an Höflichkeit und Respekt mangele, seine Eltern ihm jedoch ein Vorbild für gute Manieren und gutes Benehmen seien. ...die gleichzeitig die langjährigen Fans immer noch verzaubern. So hat sein offizielles Twitch-Konto über 2 Millionen Follower und seine klassischen TV-Folgen sind nach wie vor ein Hit auf YouTube. Die 2021 auf Netflix erschienene Dokumentation Bob Ross' Happy Accidents, Betrayal and Greed, Glückliche Unfälle, Verrat und Gier, beleuchtet seine Lebensgeschichte und die komplexen Rechtsstreitigkeiten mit der Familie Kowalski nach seinem Tod. Der Film Paint, 2023, mit Owen Wilson in der Hauptrolle als Maler, der sich von Ross' Stil, Stimme und Eigenheiten inspirieren lässt, festigte seinen kulturellen Einfluss weiter. Obwohl er schätzungsweise 30.000 Originalgemälde geschaffen hat, sind Bobs Werke so begehrt, dass sie von Sammlern eifrig erworben werden, oft bevor sie überhaupt auf den Markt kommen. Zu Lebzeiten lehnte Bob Ross es strikt ab, aus seinen Gemälden Profit zu schlagen und zog es vor, einen Großteil davon an Wohltätigkeitsorganisationen und öffentliche Rundfunkanstalten zu spenden. Der Bob-Ross-Workshop in New Smyrna Beach, Florida, beherbergt eine bedeutende Sammlung seiner Originalgemälde und bietet Fans die Möglichkeit, seine Meisterwerke zu bewundern. Bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen seine Bilder zum Verkauf angeboten werden, erzielen sie beeindruckende Preise, die manchmal über 10.000 Dollar liegen. A Walk in the Woods, eines der wenigen Gemälde, die sich nicht im Besitz der Bob Ross, Inc. befinden, wurde ursprünglich für rund 1.100 Dollar an einen freiwilligen Mitarbeiter des Senders verkauft und wurde nun auf den unglaublichen Wert von 9,85 Millionen Dollar geschätzt, ein Beweis für den exponentiellen Anstieg des Wertes seiner Werke. Kunstgutachter bezeichnen Bobs Werke als eine einzigartige Mischung aus bildender Kunst und Erinnerungsstücken aus der Unterhaltungsbranche. Obwohl immer wieder neue Künstler mit brillanten Werken auftauchen, können nur wenige die unverwechselbare Anziehungskraft von Bob Ross und seiner Kunst erreichen. Seine Bilder werden nicht von wohlhabenden Sammlern gesucht, sondern von Fans seiner Show, die den Kontrast zu traditioneller Kunst zu schätzen wissen. Die einzigen Bilder, die sich noch in den Händen von Sammlern befinden, sind die, die während seiner Show verkauft wurden und die, die er malte, bevor er berühmt wurde. Bob Ross bleibt eine Quelle der Inspiration, nicht nur für Künstler, sondern für viele durch seine zeitlosen Zitate. Wir machen keine Fehler, wir haben nur glückliche Zufälle. Alles, was du willst, ist genau richtig. In deiner Welt kannst du alles tun, was du willst. Sieh dich um. Sieh dir an, was wir haben. Schönheit ist überall. Man muss nur hinschauen, um sie zu sehen. Was denken Sie über das Leben dieser Kunstlegende? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen. Wenn Ihnen unsere prominenten Inhalte gefallen, abonnieren Sie bitte unseren Kanal. Es warten noch viele interessante Videos auf Sie. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020